Am Wiesbadener Rheinufer sind die Fortschritte der Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke offensichtlich. Und auch auf der Redbergsaue geht es voran. Dieses Bauteil zum Beispiel wartet darauf, mit 110 Betonlasterladungen befüllt zu werden. Diese müssen, genau wie alle anderen Bauteile, mit einer Fähre transportiert werden. Ein Jahr dauern die Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke nun an. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wir sind jetzt genau ein Jahr im Bau und wir sind im Zeitplan. Wir haben die Gründungsarbeiten für die Pfeiler weitestgehend abgeschlossen. Es stehen noch die letzten Arbeiten an den Flusspfeilern. Dann sind zurzeit diverse Pfeiler schon fertig. Einige sind noch im Bau. Und wir haben zurzeit den Stahlbau auf der Wiesbadener Seite, der schnell voranschreitet, auch im Zeitplan ist, sodass wir denken, dass wir im Februar das erste Brückenteil in Richtung Rhein verschieben können. Weiterhin ist das große Brückenmittelteil, was rund 120 Meter lang ist, auch schon in der Montage etwa 500 Meter abseits von der Brücke. Das kann man auch schon beobachten. Und in den nächsten drei Wochen beginnen die Stahlarbeiten auf der Redbergsaue. Das Bauareal auf der Redbergsaue erinnert vage an einen riesigen Sandkasten. Sehr zur Freude der Baggerfahrer. Also macht es ziemlich gut Spaß mit dem Bagger. Wie im Plastischen. Und ich mache die Arbeit seit 20 Jahren. Und wie am ersten Tag. Wenn ich jetzt morgen auf den Bagger draufgehe, das Gefühl vom ersten Tag habe ich dann. Das klingt doch irgendwie nach einem Traumjob. Auf der Baustelle der Schiersteiner Brücke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017